Zwei Kreuzburger! Lass ihn schmecken. Danke. Nach meiner Prozesse? Fühlst du dich wohl? Was zählst du davon, wenn wir spät ins Kino gehen? Letzte Reihe. Ein bisschen Kuschel. Hört sich gut an. Danach fahren wir zu mir. Wir können was trinken. Ich zünd ein paar Kerzen an. Lass ihn den Abend ganz romantisch ausklingen. Okay. Dann. Ja, du weißt schon. Weiß ich das? Ich will nicht. Ist doch schön. Na ja. Dann zieh mir eine Line. Dann werden wir richtig krassen Sex haben. Das wird dir gefallen. Ganz bestimmt zieh ich keine Line. Und ich werd auch keinen Sex mit dir. Dann kommen ein paar Kumpels vorbei. Dann schauen uns zu. Dann wird ein Kumpel auch mit dir schlafen. Komm mit. Jeder darf mal mit dir Sex haben. Dann gehst du für mich auf den Strich und machst mich richtig reich. Nein! 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 Behörter! Untertitelung des ZDF, 2020